In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie wissenschaftliche Beiträge frei zugänglich im Internet finden können. Wissenschaftliche Beiträge sind im Internet oft nur kostenpflichtig zu finden. Um die Zugänglichkeit zu Ihren Arbeiten zu erhöhen, veröffentlichen darum immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Beiträge im sogenannten Open Access. Das bedeutet, dass sie kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich angeboten werden. Jeder kann Open Access Dokumente von überall auf der Welt kostenfrei im Internet lesen und weiterverwenden. Open Access Dokumente lassen sich im Internet am besten über spezielle Suchmaschinen und Rechercheplattformen auffinden. Ein Beispiel ist die Suchmaschine Bielefeld Academic Search Engine, kurz BASE, für wissenschaftliche Webdokumente. Der Vorteil? Ca. 60% der in BASE auffindbaren Dokumente sind als Volltexte frei zugänglich. Geben Sie die gewünschten Suchbegriffe in den Suchschlitz ein. Ist bei einem gefundenen Treffer das geöffnete orange Schloss zu sehen, so ist der Artikel Open Access und damit frei zugänglich. Weitere Möglichkeiten, um Open Access Dokumente zu finden, sind beispielsweise das Directory of Open Access Books für E-Books, das Directory of Open Access Journals für E-Zeitschriften, Fachrepositorien wie archive.org für MINT-Fächer oder das Social Science Open Access Repository für die Sozialwissenschaften. Bei der Recherche nach wissenschaftlicher Literatur im Internet ist außerdem anstelle der Suche im normalen Google die Suche in Google Scholar zu empfehlen. Hier wird das Internet nur auf wissenschaftlichen Seiten durchsucht. Die Trefferliste bietet daher stets zahlreiche kostenlose, aber dennoch wissenschaftliche Online-Dokumente an. Auf der deutschen Informationsseite openaccess.net finden Sie weitere Rechercheplattformen und Tipps zur Suche nach Open Access Dokumenten, geordnet nach Fächern. Auf der Webseite der Universitätsbibliothek Augsburg finden Sie weitere Informationen zum Thema Open Access. Hier finden Sie auch die Open Access Einführung mit wertvollen Tipps zur Recherche von Open Access Literatur. Noch ein Tipp am Schluss. Wenn Sie im Internet einen wissenschaftlichen Artikel finden, der nur kostenpflichtig heruntergeladen werden kann, können Sie über die Seite Open Access Button überprüfen, ob im Internet auch eine kostenfreie Open Access Version auffindbar ist. Dazu geben Sie entweder den Link, die Quellenangaben oder einen Identifikator in den Suchschlitz ein oder Sie klicken einfach auf die kostenfrei installierbare Browser-Erweiterung Open Access Button. Viel Erfolg bei der Recherche!